Ja, liebe YouTube-Freunde, und jetzt hat der Bauer noch Abendarbeit, Nachtschicht. Es kommen noch Gäste in die Bühne. Ihr seht im Hintergrund, es ist alles gedeckt. Bier hinter mir, Kühlschrank. Hier gibt es dann Buffet mit verschiedenen Salaten. Und morgen früh habe ich dann Frühschicht. Wir starten um 5 Uhr mit unserer Motorradtour. So wie immer, während wir grillieren, habe ich keine Zeit zum Filmen. Hier noch das, was übrig ist. Hackfleisch, Rind, Lamm und Boulet. Und im Smoker schmeckt es immer sehr gut. So, 9 Uhr, Gäste sind gegangen. Bauerhaus, ich trinke noch ein Bier. Und dann, ja, noch ein bisschen wegräumen. Bereit machen, morgen früh, 5 Uhr, startet unsere Motorradtour. Ui, bröst, YouTuber. Und dann, bitte. JK